Willkommen zurück bei der FFC 12 in Duisburg in der Glückaufhalle zum Main-Event. Beide Kämpfer eingewogen bis 67kg, gekämpft wird 5x3 Minuten nach K1-Regeln. In der blauen Ecke Mustafa Amir aus dem Budox in Nienburg, in der roten Ecke Fuad Bunda vom Team Beast of the East. Auch hier geht es wieder um einen Titel, dieses Mal ein europäischer Titel, der auf dem Spiel steht. Dementsprechend motiviert beide jungen Kämpfer. Und Runde 1 Schöne, schnelle Hände von Amir. Schöne kleine Kombination. Der Wunder immer weiter im Vorwärtsmarsch, schneidet die Ecken immer wieder gut zu. Und es bringt Amir damit an die Ringseile, auch wenn der momentan noch aktiver ist. Das war's. mit viel druck nach vorne trifft immer wieder schön mit den händen da sah es aus das hätte armee gewackelt aber der ref guckt sich genau an und entscheidet gegen den count treffer mit der hand vom bunder schön getimt amir aus dem gleichgebicht gebracht schöne kombination vom bunder amir nach und nach mehr im rückwärtsgang schöner spinning back kick und amir geht zu boden und der kampf ist vorbei nach der ersten runde nein noch in der ersten runde durch spinning back kick durch fast fuhrt bunder er sich damit zum europäischen meister krön herzlichen glückwunsch an dem punkt inklusive freudentanz freudentanz so Untertitelung. BR 2018 We're fighters. Do the center of the ring, please. Kommen wir noch zum offiziellen Ende des Abends. Ja, einen großen Applaus für die beiden Athleten und der europäische FFC-Titel geht offiziell an die rote Ecke. Beast of the East fasst Fuat Bunda. Herzlichen Glückwunsch. Uwa! 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 Uwa!